Ich nur treibe wohl kaum, wenn ich davon auskehre, dass wir einmal mehr einen weltweit sichtbaren Beitrag zur Sicherung des Wissenschaftsstandorts Bayern erwarten dürfen. Für unsere Region ist es sicher ein ganz, ganz wichtiges Zeichen im Bereich der Wissenschaft und Forschung eine Leuchterfunktion, die hier wahrgenommen wird. Die Höchstleistungsrechner im Landwirt sind immer sehr gut ausgelastet und jetzt kommt wieder etwas, wo wir sehen, wir können diesen nächsten Schritt nach vorne tun. Indem wir in Supermuk ein neues Gerät in Betrieb nehmen und gemeinsam mit unseren Kollegen etwas aufstellen und auf die Wissenschaft gewartet haben.